Wahrer christlicher Glaube und tröstet die Traurigen, er gibt den hungrigen Brot und beherbt Verwundeten. Er sorgt für die Blinden und Klamen, die mit Weh und Weisen zu machen, so handelt der christliche Kraft, so handelt der christliche Kraft, die Wunden verbindet der Gähn und bittet zur Hilfe die All. So werden wir alles für, alles sein. Wahrer christlicher Glaube wird nicht schlafen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen, er gibt den hungrigen Brot und beherbt Verwundeten. Im Überfluss ward uns gegeben, voll Dankbarkeit geben wir an, zum Handeln der christlichen Glauben. Das Böse besiegt euch Gutes, die Antwort auf Hass sei die Liebe, so können wir alles für, alles sein. Wahrer christlicher Glaube wird nicht schlafen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen, er gibt den hungrigen Brot und beherbt Verwundeten. Das Böse besiegt euch! Untertitelung des ZDF, 2020